Mit großer Begeisterung wurde die Touring-Sondershow von den Besuchern der Intermot aufgenommen. Seit 1998 betreut der Tourenfahrer diese Show, in der alle relevanten Tourer- und Reiseenduros markenübergreifend dem Publikum präsentiert werden. Fachkundig moderiert von den Redakteuren des Nitschke Verlags. Die Touring-Sondershow ist eine Kooperation der Zeitschrift Tourenfahrer mit dem IVM und der Messegesellschaft. Beliebter Brennpunkt der Sondershow ist die Vortragsbühne, die an allen fünf Messetagen stets dicht umlagert war. Die Intermotor 2012 ist für uns auch ein kleines Jubiläum, nämlich zwei Jahre Tourenfahrer auf dem Ipad. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2014. in Köln.